Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Minecraft News, heute mit den folgenden Themen. Mojang, die Entwickler Minecrafts, beenden ihre Zusammenarbeit mit Oculus. Welche Auswirkungen dies auf Minecraft hat, gleich in den News. Außerdem schauen wir einmal auf die Einnahmen, die die Minecraft-Entwickler im vergangenen Jahr mit ihren Spielen gemacht haben und erklären euch alles Wichtige zum Update 14 für die Minecraft Xbox und Playstation 3 Version. Die jüngst durch Facebook gekaufte Firma Oculus stellt unter anderem die virtuelle Brille Oculus Rift her. Als Reaktion auf den Kauf der Firma durch Facebook jedoch, hat der Minecraft-Entwickler Notch prompt reagiert und beendet seine Zusammenarbeit mit der Firma. Bis zum Kauf befand sich Notch in Verhandlungen mit der Firma, um eine spezielle Oculus-Version ausschließlich für Minecraft zu entwerfen. Aus diesen Plänen wird nun allerdings nichts, da Notch via Twitter mitteilte, Wir befanden uns in Gesprächen um eine Version Minecrafts für Oculus. Ich habe diesen Deal nun platzen lassen. Facebook macht mir Angst. Aber eine weitere Stellungnahme von der Seite Notch ließ natürlich nicht lange auf sich warten. So lässt sich auf Notch.net lesen, dass er zwar die Vorteile in der virtuellen Realität und der Vernetzung sehe, aber er möchte sich nicht der Vernetzung durch Facebook hingeben, sondern einfach nur Spieler entwickeln. Was meint ihr? Hättet ihr euch über eine Zusammenarbeit von Oculus und Mojang gefreut? Übrigens, für alle, die schon eine Oculus Rift haben, gibt es bereits eine Mod, die das Spiel mit der Brille und Minecraft möglich macht. 326 Millionen Dollar, das ist schon eine ordentliche Zahl. Und genau so viel hat die Firma Mojang mit ihren Spielen, allen voran natürlich 90% Minecraft, auf den Plattformen PC, Playstation 3, Xbox 360 sowie Smartphones einnehmen können. Die Firma hat somit ein extremes Potenzial und wir können gespannt sein, was damit angefangen wird. Notch, der Erfinder von Minecraft, bekommt von diesen 326 Millionen Dollar übrigens ganze 129 Millionen Dollar überwiesen. Und das allein in 2013. Findet ihr diesen Lohn gerechtfertigt oder denkt ihr, dass eher mehr Geld in der Firma verbleiben sollte? Schreibt es uns doch einmal in die Kommentare. Und zu guter Letzt hat Mojang nun das Update 14 für die Playstation 3 und Xbox-Version Minecrafts angekündigt, welches ausnahmsweise mal nicht nur Bugs fix, sondern auch schon lange in der PC-Version implementierte Blöcke und Items mit sich bringt, auf die sich die Spieler dieser Plattform sicher freuen werden. So soll es nun Emeralds, Ender, Chests, Ambosse und noch viele, viele weitere Blöcke geben. Eine volle Liste der neuen Blöcke und Funktionen findet ihr allerdings in der Videobeschreibung verlinkt. Dass Lady Gaga Minecraft in einem ihrer Musikvideos verwendet und dabei Anspielungen auf Michael Jackson macht, ist uns allerdings ein wenig zu Boulevardesk, weshalb wir hier nicht näher darauf eingehen werden. Ihr findet allerdings in der Beschreibung einen Bericht dazu verlinkt. Nun freuen wir uns allerdings auf euer Feedback zu dieser doch etwas anders gestalteten Minecraft-News-Ausgabe, die immer dann gesendet wird, wenn es genug relevante und interessante Themen gibt. Wenn ihr euch jedoch wünscht, dass diese Form der Minecraft-News auch nicht nur mit Desktop-Aufnahmen, sondern ich sage mal, Real-Life-Elementen bestückt wird, ich mich also vor die Kamera stelle und euch die News präsentiere, dann schreibt auch dies gerne in die Kommentare. Heute gibt es leider keinen Snapshot von Mojang mehr, allerdings sollte es nächste Woche wieder einen geben und wir können also gespannt sein. Das war es soweit von diesem Video. Weitere Infos gibt es wie immer auf Twitter, Facebook, Google+, Instagram und natürlich auch auf der Website, bei meiner 07.de. Rechts verlinkt findet ihr nochmal die letzten beiden Snapshots, die viele interessante Änderungen zu Minecraft hinzugefügt haben. Dann bedanke ich mich aber fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.